ConnectCut 3D-Rack-Workflow und Panel-Visualisierung Mit der zunehmenden Komplexität von Installationsplänen steigt auch der Bedarf an der einfachen Erstellung und Visualisierung detaillierter Equipment-Racks. Mit dem 3D-Rack-Workflow und der Panel-Visualisierung können Sie Ihr Equipment intuitiv aus dem Schaltplan in Ihre Racks übertragen und ein benutzerdefiniertes Panel erstellen, damit Ihre Auftraggeber und Techniker den Entwurf besser verstehen. Equipment-Elemente werden als parametrische 3D-Objekte dargestellt und enthalten alle erforderlichen Abmessungsinformationen in der Symboldefinition des Geräts. Beim Platzieren des Equipments wird die Vorschau gedreht, je nachdem, ob Sie sich über der Vorder- oder Rückseite eines Racks bewegen. Das Equipment wird an der nächstgelegenen verfügbaren Rack-Einheit platziert. Verwenden Sie die Bearbeitung in der Mehrfensteransicht, um den 2D-Drag-and-Drop-Workflow zu simulieren. Sie können Equipment-Racks in vielen verschiedenen Konfigurationen erstellen, mit vier oder zwei Pfosten, als Konsole oder als Gehäuse. Und Sie haben die Möglichkeit, Rack-Einschübe zu erstellen und verschiedene Szenarien bei der Erstellung und Benennung von Rack-Rahmen mit Schlitzen zu verwenden. Layout-Räume stellen die realen Standorte Ihrer Racks dar. Layout-Räume werden mit einer 2D-Umgrenzung gezeichnet, können aber auch mit einer Z-Höhe aus den Ebeneneinstellungen versehen oder in der Infopalette eingestellt werden. So können Sie mehrere Racks stapeln und gleichzeitig eine einfache Trennung des Equipments zwischen diesen unterschiedlichen vertikalen Zonen vornehmen. Zum Beispiel zwei an der Wand montierte Gehäuse mit separatem Equipment. Um die 2D-Darstellung Ihres Racks oder Ihrer Rack-Gruppen zu dokumentieren, erstellt der Befehl Rack-Ansichten anlegen eine Vorder- und Rückansicht auf Grundlage des Rack-Standorts auf der ausgewählten Layout-Ebene. Hier können Sie die Ansicht nach Belieben beschriften und mit Anmerkungen versehen. Sie können auch eine formatierte Equipment-Tabelle erstellen, um sich die Erstellung einer eigenen Tabelle zu ersparen. Bei Equipment mit optionalen Modulen können Sie diese Module mithilfe von Adaptersteckplätzen darstellen, die dann im 3D-Equipment-Profil auf dem Equipment-Objekt platziert werden können. Der Adaptersteckplatz kann mit einem Gerät im Schaltplan verknüpft werden, wenn diese übereinstimmende Namensparameter haben. So können Sie mehrere Modulvarianten für Ihr Equipment erstellen und diese zur späteren Verwendung speichern. Um Kunden und Auftragnehmern das Verständnis Ihrer Konfiguration zu erleichtern, können Verbindungspanels mit genauen Steckverbinder-Darstellungen generiert werden, unabhängig davon, ob Sie Beispielpanels verwenden oder Ihre eigenen erstellen. Der Panel-Bilder unterstützt Sie bei der Festlegung der genauen Anzahl und des Layouts dieser Anschlüsse und bietet Ihnen dann eine Layout-Darstellung, auf der Sie die Anschlüsse auf Ihrem Panel platzieren können. Diese Panels können aus Ihrem Schaltplan heraus erstellt werden oder Sie können zuerst das Panel erstellen und generieren dann die entsprechenden schematischen Geräte aus der Infopalette. Da schematische Schaltpläne immer komplexer werden, gestalten wir die Workflows zur Erstellung Ihres Geräterecks einfach und intuitiv.